Ja, mein Name ist Manfred Schmidt. Ich komme aus dem Lahn-Dill-Kreis in Hessen. Ich war am 6. Januar diesen Jahres auf einen Betonweg gestürzt, hatte die Hüfte gebrochen, bin dann notfallmäßig in der Klinik in Wetzlar operiert worden mit einer neuen Hüfte. Diese Hüfte war ungeeignet, die Operation war misslungen. Ich hatte seitdem acht Wochen Schmerzen und habe nach einer Lösung gesucht, wie ich zu einer Revision komme. Professor Beckmann ist mir empfohlen worden und auch im Internet hatte ich recherchiert. Ich bin bei Herrn Beckmann sehr gut informiert worden. Herr Beckmann hat mir sofort für Dienstag, also vor zwei Tagen, den Operationstermin anberaumt und ich bin am Dienstag hier operiert worden, habe jetzt eine neue Hüfte und bin seit zwei Tagen ohne Schmerzen. Also ich bin mit der medizinischen Betreuung sehr zufrieden. Ich danke auch Professor Beckmann nochmal für sein Engagement in meiner Angelegenheit. Ich bin auch sehr gut betreut hier vom Team, was mich den ganzen Tag und die Nacht über betreut. Ich habe ein gutes Gefühl und werde auch mit diesem guten Gefühl morgen nach Hause entlassen.